Am 30.11. und am 1. Dezember diesen Jahres findet auch wieder unser fast schon traditioneller Weihnachtsmarkt im Autohaus Konopka statt. Wir laden alle recht herzlich ein. Wir haben viele Aussteller, viele interessante Sachen hier zum Bestaunen. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch bestens gesorgt. Familie Konopka freut sich ganz einfach auf ein paar schöne, gemütliche Stunden in der Vorweihnachtszeit.